Eine neue Zeitlinie erschaffen Heilbotschaft durch Meister Hermes Trismegistus Empfangen durch Savine Zmuck Mein Angebot kommt aus der Allmachtskraft Gottes, des ewiglich lichtwollen Lebens. Entspricht es nicht der Wahrheit, dass der Erdenmensch sich auf eine neue Zeitlinie anhebt, oder wird er in sie hineingezogen? Macht Euch darüber einmal kurz Gedanken. Wie entsteht eine neue Zeitlinie eigentlich? Auf was kommt es denn wirklich an, auf der Erde etwas Neues zu erschaffen? Wo fängt man eigentlich an, und was kommt am Ende dabei heraus? Auf all diese Fragen werde ich göttlich beseelt eingehen. Inwieweit jeder hörende Mensch dieses Channeling-Portals es annehmen kann, liegt an ihm selbst, denn erwirkt wird auch hier alles nur über die Bestimmtheit des lichterfüllenden Kraftaktes, etwas erfahren zu können, was andere noch nicht erfahrbar ausgebreitet haben. Macht Euch Gedanken darüber, was ehrvollst aus der Absicht heraus entsprechend abgesetzt wird, auf diese Art der Menschheit das wahre Lebensrecht entgegenzubringen, ohne die Macht des Erkämpfens hereinzuführen. Diese Macht des Erkämpfens härtete Euch schon zu sehr aus und hat auch entsprechend die alten Götter abrufbar gemacht. Euch wird oft vorgemacht, was es alles bräuchte, um auf die Reise zum Licht das Richtige zu tun, und was ist eigentlich das Richtige? Ist es nur das, was einem vorschwebt, es wäre so richtig, sich zu verhalten, oder ist es die Mangelkraft, immer auf andere hören zu müssen, was es ausmachen könnte, selbstablösend und anhebend zu leben? Es gibt so vieles, was künstlich erzeugt wurde, um Euch einzuschwingen, auf dieselben Mehrkraftakte einzusteigen, die Euch alle mitsamt anheben könnten. Die Art und Weise, wie alles so programmiert auf Euch ausgebreitet hätte werden wollen, ist auch zu hinterfragen. Ehrvollst etwas Anhebendes für andere Menschenherzen zu erwirken, heißt, sich persönlich auf das Herz empfindend einzulassen und entsprechend auch zu erfüllen, was denn blockierend aktiviert ist. Aufstiegsprozesse sind ganz persönlich empfundene Wahrnehmungen, die sich in der Lebensart des Erfühlenkönnens verankern und mit dieser Lebensart sich erfühlend zu erfahren, kehrt auch die Bestimmtheit ein, an etwas fest zu glauben, das schon stattgefunden hat. Das Wort Aufstiegsprozess erklärt sich auf der Erde als eine Art Beförderungskraft, die einfach alles mitreißt, ohne allen persönlich die Möglichkeit zu geben, sich auf ihre eigene Art das Bild zu machen, in welcher Zukunft jeder leben möchte. Ungern möchte ich so ernüchternd auf Euch eingehen, doch Worte der Ernüchterung helfen meist klarer zu werden, sich bewusster zu erleben. Hilfe anzunehmen, bedingt auch der Absicht, sich dafür zu entscheiden. Ihr würdet staunen, wie ablehnend manch ein Mensch sich entsprechend entgegen der Gottesliebe entschieden hatte. Was macht denn Menschen aus? Die Art und Weise, wie er gottbezogen lebt. Auf diese Art erkennt man den Herzensmenschen und wählt man Gott, so besteht immer die Möglichkeit, Hilfe zu erhalten. Der Machtanspruch auf Gott zu vertrauen, heilt so vieles aus und nichts hätte die Möglichkeit, diese bestrafende Kreation Arimans an Euch herangeführt abzusetzen. Die Mehrheit der Menschen liebt Gott nicht, weil er für sie eine Fiktion ist und was fiktiv ist, kann man nicht lieben. Es begeht der Mensch den Fehler, Gott als keine Wesenhaftigkeit zu erleben, sondern als eine beständige Quellessenz, die sich aus sich selbst heraus erschafft, aber trotzdem nicht die Macht des Eingreifens hätte. In alten Kulturen wurde Gott als eine Art Mahnmalskraft verehrt. Das, was so entmachtend erlebt wurde, entweite den Gottesmenschen und machte ihn zum Untertanen. Das göttliche Machtprinzip wurde auf diese Art entbehrend hereingeführt und die Macht der Liebe abgesetzt. Mein Kraftakt führt Euch zur wahren Gottesliebe zurück und erklärt Eure Handlungskraft. Die Gottesliebe erwirkt die Heilkraft des ewiglich lichtvollen Lebensaktes. Vordergründig ist erwirkt, Gott heilt für ewiglich und Gott ist die Macht des Erwirkens, alles tragisch Erkrankte abzulösen. Gott ist der Allmachtsanspruch für jedes Lebewesen, Gnadenakte zu erwirken. Es gibt nichts, was nicht göttlich erwirkt werden könnte. Jedoch müsstet Ihr Euch dafür entscheiden. Die Mehrheit der Menschen kann sich nicht auf das einlassen, was Gott erwirkend erlebbar machend ausbreiten möchte. So erkämpfen Sie sich alles hart und aktivieren die Kampfeskraft der alten Kriegsgötter, die auf sich selbst bezogen mehr Lebenskräfte zurückbekommen und das Vernichtende mit einbinden. Hier wühlt es vielleicht manche Menschenherzen auf, die auf diese Art noch nichts erfahren konnten. Der Baum des Lebens auf Erden möchte neu erblühen und die Macht der Liebe alles neu erschaffen. Die Liebe möchte vor allem das Machtprinzip hereinführen, die Wandlungskräfte der Erdenmenschen zu aktivieren. Hier erwähltet Ihr dieser Botschafterin und mir, Meister Hermes Trismegistus, im Auftrage Gottes zuzuhören. Macht Euch bewusst, der Äther des Lichtkosmos erwägt sich auf die Erde auszubreiten und alles Ermächtigende absetzend zu aktivieren. Du hast Anspruchsrechte, die neue Zeitlinie auf Dich bezogen zu erfüllen und auch auf das Kollektiv bezogen. Doch vor allem ist Dir auferlegt worden, das Bündnis der dunklen Mächte abzulösen. Wer ewiglich anhaftet, kann den Aufstiegsprozess nicht ermöglicht annehmen. Heute erwirken lichtvolle Mächte, die Bindekräfte des ewiglich lichtvollen Lebens hereinführend zu eröffnen. Ich bin Meister Hermes Trismegistus und habe die Macht zugesprochen bekommen, entsprechend Eurer wahren Gottesherkunft alles, was sich so träge an Euch angehaftet hat, abzulösen und entsprechend alte Lebenskräfte auf ewiglich Ablösekräften zuzuführen. Oft ist es Dir selbst nicht bewusst, wie eisern Du an etwas festhältst und wie angstvoll beseelt Du auf Erden lebtest. Es handelt sich auf jeden Fall um die Macht, Dich festzubinden. Der Weg zu Gott erreicht Dich nur über die Allmachtskraft des ewiglich lichtvollen Lebens. Auf das kommt es allmächtigst an und für jeden einzelnen Menschen auch. Auf der Erde erwirkt Gott die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Zeitlinien sind Attribute, die man auf sich selbst bezogen aktiviert, in einem sogenannten menschlichen Pool zusammenführt und auf die Lichtessenz prüft, was es erwirken könnte. Diejenigen Menschenherzen, die ihr Wort an Ariman, die Teufelskraft, abgegeben haben, erwirkten auf ewiglich die traditionelle Zeitlinie des Versklavens auf Erden. Diejenigen, die Gott das Wort gaben, ermöglichten es auf der Erde, neue Herrlichkeitsportale zu erschaffen, die die Mächte des Lichts anzogen, die eine neue Zeitlinienabsichtskraft hereinführten. Du bist im Gottes Pool, so erwirke die Allmachtskraft in deinem Lebensakt, die es allen Mitstreitern erlaubt, die Führungskräfte aktiviert, abzusetzen. Die Macht der Liebe führt euch Herzensmenschen an und gibt euch die Bestimmtheit, alles Erkrönende durch die Gottesmacht zu aktivieren. Ihr habt die Macht entsprechend eurer Herzenskraft, das Portal Arimans zu schließen und nichts Altes mehr auferstehen zu lassen. Das Alte Entmachtende ist von alten bestrafenden Gotteswesen eingefärbt und hat die Macht in sich, wieder auferstehende Elementarkräfte zu aktivieren. Ihr müsst euch entsprechend aktivieren, die Zeitlinie in der Liebeskraft aufrecht zu erhalten und die alten Gottesportale zu verschließen. Du hast die Macht, neue Erkenntniskräfte hereinzuführen, um das, was geschehen ist, nicht mehr erstickend mit einzubinden. Du hast die Macht, auf die lichtvollste Art, die beständige Kreation Gottes auf der Erde zu verankern und wahrlich die lichtvolle Kraft des Neuerschaffens hereinzuführen. Ich machte mich auf, auf der Erde der Menschheit die Blaubause des ewiglich lichtvollen Hierseins zu hinterlassen und achtfach alles so ermächtigend abzusetzen. Der Thron Gottes war in Gefahr und Hüter des Thrones Gottes sind darauf aufmerksam geworden. Das Leben auf Erden hätte ausgelöscht werden können. Mochtest du früher auch einmal vielleicht hier auf Erden Ariman gedient haben, so erwirke alle Bündnisse abzulösen und für dich auf die höchste Art lichtvolle Bindekräfte zu Gott hin anzunehmen. Affirmation Ich heiliger Machtmensch möchte mich lossagen von arimanischen Bindekräften die mein Gottesleben entweiht haben. Macht euch durch diese Ablöse Affirmation bewusst göttlich besalbt zu werden. Es gibt so vielerlei dunkle entitäre Machtkomplexe die auf euch einwirken. Heil Affirmation Alles entmachtende erlöst sich aus mir, so erwirke ich aus Gottes Hand die Absicht, mich absolutionserfüllend zu erleben. Ich erhebe Machtanspruch auf die Kronenkraft Gottes, die alles erklarend aktiviert. Ihr Lebensmenschen ermöglicht es euch, auf diese Art das Leben neu auszugestalten. Heil Affirmation Alles Entweihende, Entmachtende erlöst sich auf ewig Licht. Die Lichtessenz meines göttlichen Abbildnisses breitet sich allmächtigst auf mich aus. Meister, Herr, Meistris Magistus ist ermächtigt, euch für das aktiviert zu eröffnen, was euch bevorsteht und den Gnadenakt Gottes hereinführend zu aktivieren. Heil Affirmation Ich verkehre hier auf Erden nichts mehr. Ich erkrampfe nicht mehr, sondern enthebe mich allmächtigst auf die Herrlichkeitsebene des ewiglich lichtvollen Lebens. Es wird heller in meinem Herzen und ich kentere auf meinem Schiff nicht mehr, sondern erfülle mich in der Absicht, sicher am Herrlichkeitsufer Gottes anzukommen. Morgen folgt auf das Heute und gestern ist Vergangenheit. Die Erde bestätigt sich selbst, es ist Zeit, das Morgen folgend lichtvollst aktiviert auszugebären. Hier erwirkt Gottes Absicht die Lebenskraft des ewiglich lichtvollen Lebens. Ich erwirke die Zeitlinie folgend aufbauend, erweitert, erfüllend, friedvoll erwirkend, allmachtsbezogen entstehen zu lassen. Was auch abgetrennt wurde, fügt sich zusammen. Was entbehrt wurde, erfüllt sich. Was abgestumpft wurde, erwacht zum Leben. In mir erwacht die Absicht, lichtvoller zu leben als bisher. Altes wird auf der Bühne des Lebens nicht mehr erkräftigend erscheinen. Das Wohl der Menschheit kehrt ein und Achtsamkeit. Der Erbe Gottes bindet sich ein und macht falschen Göttern das Zurückkehren unmöglich. Wo Achtsamkeit herrscht, wird die Macht des Entbehrens keine Schons mehr haben. Ich beabsichtige, alles besalbend aktiviert in die neue Zeitlinie mit einzubinden. Ich erwirke die Allmachtskraft Gottes auf Erden, die einweihende Kraft des Auferstehens Adams und Evas, der ersten Gottesmenschen. Erwachet in der paradiesischen Kraft der Gottesmenschen. Alles wurde auf die höchste Art göttlich erwirkt. Handle im Auftrag, das Gottes Abbildnis auf Erden aufrechterhaltend anzubinden. Mehr braucht es nicht. Alles Lichtvolle erwirkt durch Meister Hermes Trismegistus. Deine Frau Frau Vielen Dank.